Es hat eine Quote gegeben, das macht ihr uns nützlich. Es hat jetzt eine Quote gegeben. Bitte schön. Bleibt sich gleich. Ich bin zum ersten Mal. In Ihrem A-W-Seite wird getestet. Und es wäre rot. Es ist entweder grün oder rot. Was ist jetzt anders zu vorher? Wenn es rot ist, wird mit den Passagieren, mit dem Fluggast, wird ans Gepäck hergegangen. Sie müssen mir das Gepäck zeigen, ob es eine kleine Tasche ist, eine grosse Tasche ist. Das ist nicht relevant. Und dann geht man dort her. Die Fluggast selber macht das Gepäck auf. Man nimmt auch am Gepäckstuhl, was es dann auch immer mag sein, eine Wischprobe. Kutzt das Detal an. Und kommt direkt. Und kommt direkt.